2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 12. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Falschmob Gutes Fail Video Nichts ist härter, wir sind nur besser B ist schon vorbei, das wars schon? Ja, das wars! Wie jetzt? Du sitzt seit mal am Boden Warte, ich heile dich? Ach man, heile dich doch nicht selber Ich hab versehentlich grad meinen 8 in mich selber reingefrittet Ja, ja, hab ich auch, aber halt mit meinem Safe hier Das passiert ab und zu mal, so versehentlich Ja, ja, meiner ist auch ganz versehentlich, alle 30 Sekunden hau ich mir ein Du brauchst kein Heel trotzdem ein Genau Das ist ein Haustier für mich Den gab's auch als Haustier bei mir Das Haustier macht Damage Agro Aber zieh ich Agro, das bedeutet normalerweise Ich hab's doch Tretet ist tot Bevor's Kinder kriegt Bevor's nicht von mir Was denn, die sterben doch gar nicht, wo sterben die denn? Hä? Ihr dürft nicht da drunter stehen, scheiße, ihr kriegt da Damage Aber gar nicht Oh, uh, uh, was gibt's hier? Zwo Synothetische Energiematrix, vier Molekularstabilisator Ja, ja Wie viel gibt's da drin? Weiß synthetische und vier Molekularstabilisator Guck mal, da ist ein Furcht, ein Furcht, ein Furcht machen Galova Was? Oh, jetzt aufpassen, ey, jetzt haben wir Passes Ich brauch unbedingt Armierungen Was? Alle, die nicht dienen wollen, werden sterben Wir sind die Auserwählen Ja Eure Anstrengungen verlängern nur euren Schmerz Äh Wir müssen wechseln, ne? Achso Achso Ich hab' ne, eigentlich nicht Ich hatte noch keinen Debuff Gut Ah, okay, nur der eine verteilt den komischen Debuff Eure Anstrengungen verlängern nur euren Schmerz Okay, wechseln Party Ja Du brauchst dich nicht unbedingt alleine heilen, ne? Ich heil dich mit Wie bitte? Ich heil dich mit Heile einfach die anderen Okay Wechsel Ja Geht in der Regel nicht auf die Tanks, soweit ich weiß Der Fluch Ich zieh die mal ein bisschen weg, die Arti Hä? Am Ende werdet ihr den Tod willkommen heißen Okay Archi wechseln Ich hab' die Dinger, ja? 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 Das Ziel haben wir... Ja Ja Ja, vor mir war der Kreis Ich konnte jetzt schlecht vorlaufen Ja, hier ist okay Ja, hier ist okay Ja, das ist scheiße, wenn ich bin da, weil er dort unter Kreis kommt Am Ende werdet ihr den Tod willkommen heißen Dieser Debuff, den man kriegt, ne? Der ist so rot, ne? Am Körper Ja, 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 genau Ach, wechsel Jo Ab Am Ende werdet ihr den Tod willkommen heißen Theo, du musst reinlaufen in die Suppen Ja, ja, um Gemach Die Möben fallen Aber die Angst ist ewig Ja, du kriegst immer zwei Marken Mir ist noch was aufgefallen, und zwar wenn er, ähm... Guck' das mit mir sind Guck' das vor, dass Geld abgelegt wird Guck' das vor, dass Geld abgelegt wird Okay, spot котор themat' ich Ich hab' jetzt das 7 von den Dinger Guck' das vor, den Lieber Guck' das vor, dass das Feld abgelegt wird Guck' das vor, dass das Zelt abgelegt wird ähm, nach dem Fall Arti, du sagst Bescheid, wenn du Steakst hast Jo, sehr bescheid Ach, ich glaub die sind schul... Die sind schul in Debuff gekriegt Kann man auf jeden Fall nicht die Waffen, die man einfach mal so randommäßig abträgt hier Ok, kann Jo, hopp Ich hab'n wieder Brauchst mich... Jaja, brauchst mich nicht heilen, ne? Ja, ich will aber auch was zu tun Ja, heil die anderen Ja, heil die anderen Ja, ja, ich hab doch Speed, ich kann wegrennen Ganz ruhig Ja, du weißt ja, was der für eine Range hat Ey, ich... Zwei Meter ist nicht groß, ja Uua, ganz schwer So, warte, ich meinte jetzt... Warte, darf ich mal kurz... Ich hab'n nicht gemeint Warte... Citron, ich musste noch nicht einmal kühnen Kopf, beziehungsweise generell irgendein Würfel irgendwas usen Ja... Ich hab'n überhaupt nichts geused, außer mein Selfie Ja, genau Damage auf'n Datenkern oder auf die Ads? Bestimmt Datenkern Erstmal die Ads... Ne, ne, ne... Ach so... Das ist so ein brutaler Massendil, den wir rausklopfen, ja, das ist unglaublich Zero, was hielst du mich? Ich hab'n gar nichts gemacht, ich bin gar nichts zugekommen Hä? Weiß ich, komm'n gelaufen... Ich muss immer etwas anklicken, ist auch egal, ähm... Ob mit Diagnose scannen, wenn's voll ist Also mit Diagnose scannen, hiel ich auch manchmal einen vollen, das ist kein Thema Zum Recken Ich bin mit 6,5 Millionen rein Ihr kleinen, kleinen Prollos, ey, ohne Scheiß, ha? Ja I love it Nö Welche Konsolen? What the fuck? Ich klicke mal Die Konsolen Geht nicht im Kampf Geht nicht im Kampf Was denn für Konsolen? Wo denn? Ja genau, was denn? Wer hat Bewegung nicht möglich im Kampf nicht möglich? Genau, was für Konsolen? Ja, das ist alles Alles klar Alles klar Alles klar Zu allen allen alles hier Braucht ihr irgendwo ne Kisten, man? Ich denke hier gibt's Blackhole Kisten Ja schön, ich bin's für komisch Hau noch keine gesehen Gibt's denn da drin? ich habe ironisch nie was für mich er war er nicht noch an sich ist nicht ausgestattet also so wie aber das ist ja mal lachhaft wer kann es erklären der jetzt kommen ja es ist der unsterbliche kreppchen es muss noch nicht lächerlich und lechert sie gehen können obwohl er mir vorstellen der boss jetzt gerade eben ich habe auch gedacht wurde interessant ich habe eine runde gedreht bis ich meine konsole befunden ich habe das orange so schlecht gesehen ja gelb hat man relativ gut gesehen also ich glaube orange und blau siehst du am schlechtesten ja also wenn die tanks mal so zeit haben können sie mir ja auch mit dem ad abhören wie wärs genau mit dem scheiß ads hier das ist halt ein bisschen ne ich habe ihn dir genommen ich habe ihn dir genommen so wie sie alle davor stehen und video glotzen wollen wir mal mit okay ähm war doch laufen Ich hab Depp zu dir gezogen, auch krass, denke ich Spott, heu, up Okay. Yep. Abspott'n? Mach dein Absorbding an. Arti, du musst zu der Säule laufen, gell? Zu der Säule? Ich heil mich selber, ich heil mich selber. Okay, ja. Hat doch so geglaubt. Spott. Jo, haf. Ich bin schon dabei. Nicht durch das Feld. Ja, es ist mitten hinter mir auch drauf, so scheiße. Ja. Ja, jetzt gut. Das Video? Ach, der Trailer. Passt. Ja, aber so... Ja, schon. Doof. Keine Ahnung. Weißt du, was du drückst? Nein, jeder für sich selber. Also, mein Schurke, der haut einfach nur drauf, weil er keine Ahnung hat, was er klicken soll. Ja, stimmt. Ja, das ist halt dumm. Meine drückt Tasten, meine weiß genau, was sie drücken. Meine auch. Meine auch. Ich geh in den Computer, weißt du? Jetzt... Ich halte mich grad fest. Ich mach mich ja auch. Wir antworten dem Ruf. Kommt zu den. Ich hab mein BH verloren. Weißt du, ich werd einfach nur schreiend weggezogen und halt mich jetzt an der Kante fest. Und lande auf dem Gesicht. Das ist der Endgurs jetzt. Riesigsfähig. Ja, meine macht so ein ängstliches Gesicht. Ja, meine so. Ich wollte grad so einfach mal gucken, weil ich auch so... Hilfe! Wer ist das? Der Boss sieht geil aus. Das ist ja riesiges Viech, ey. Also Phase 1 ist einfach. Ja. Ey, das ist schass. Ey, man sieht in den Gesicht dann einfach nur so, oh scheiße. Nicht, nicht ins Wasser laufen, Leute. Das kostet. Ganz ehrlich, das erinnert mich jetzt richtig an irgendwie das große Vieh an WoW. Welches große Vieh? Das, was vor uns steht da. Welches Weizen aus WoW? Hä? Ja, aus WoW zum Beispiel. Ah, Citun. Jetzt bei Uldamar, ja. Uldamar? Der riesen Drachen. Achso, ja. Zum Beispiel das generell großen Viecher, ja? Stimmt. Großen Brosse, die kommen alle bei WoW vor. Hä? Richtig. Weitermachen. Ich hätte während diesem Kampf bestimmt drei Lachs schon. Der ist down. Ja, vorhin hatte ich keine Probleme. No, ich sage nicht mal. Danke. Und wenn ihr Mordnussisch dann auch in diesem Handy hinzu Dropbox, Danke. 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 Danke dir. Jetzt? Jetzt? Haushalt 64. Wir müssen share spotten, meine Dots. Jetzt. Jetzt. Leute, ihr lauft an der Net vorbei. Ja, hier hinten ist es. Ja, ich hab's gerade den. Danke, Marco. Wir sind bei 30. 15, 16, 15. Jetzt. Aber wie sollen wir jetzt dahergehen? Ja, da brüchte geht's auch. Abi, spotten! Okay, ich hab jetzt einen Megaluck. Jetzt. Hinter dir. Ja, ja. Da verschüxt wurde ich. Vorsicht, Ad kommt dran, Atlante. Ja, den hattet ihr jetzt aber auch. Hm. Ad. Hinter euch. Delia, links von dir. Andere Seite ist deins. Dossat, 38. Nein, jetzt so. Okay. Okay, ich glaube, es ist auf der linken Seite relativ frei durch. Die D ist sofort vorne rechts. Ja. So, Tentakel. Nein. Alter, flogen. Uh. Warten, 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 warten. Jetzt Damage. Runter, Damage machen. Du bleib mal hier. Weg, weg. Und wieder hin. Gleich spotten. Ja, ich seh's. Ich spot. Oh, Adi, du kriegst da Schaden. Geh doch weg. Weg. Okay, jetzt krieg ich Outdamage. Der spukt gerade auf mich. Ja. Arti ist down. Arti ist schon wieder da. Wollt ihr spotten? Nee, nee, passt noch. Ein Prozent ist weg. Wir kommen rüber zu dir. Okay, jetzt spot. Oh, fuck. Man hat noch Zeit. Oh, das war klappt. Weg. Verblasste Realität heißt der, der blöde Dinger. 100% mehr Schaden. Gut. Raus da, Adi. Okay, jetzt die Dinger hier platt machen dann. Ich hab mein Outdown. Hinterm Boss ist noch eine. Hinterm Boss ist noch eine. Ich bin unterwegs. Kann mir auch alles down sein? Dann wieder zur rechten Tentakel, die ist gerade oben. Nicht blitzt was. Ist noch einer. Ganz oben ist auch einer. So, Eingang. Kann man bitte eine abnehmen? Down. Achtung, Zerschmittlung. Gehen. Gehen. Spotten. Spotten. Ja, hab. Alter, das geht. Jetzt ist er weg, Mann. War da ne Spot? Ich hab das Spot erst gehört, als der von Ding kam. Hat er schon. Sag mal nicht, ob es spotten soll. Weg. Mein Gott, die hietet euch auch so jedes Mal, dass ihr die Tentakel aus dem Target verjährt. Auf, Schrei, Spot. Hab. Gut. Ja, die andere, die ist gerade unten. Hinten lang, hinterm Boss lang. Ich brauch jeden. Ja, Delia ist gerade umgefallen, ne? Weg da. Okay, ist jetzt weg. Jetzt halt ich gleich. Was ist mit dem Kommando, BR? Geht auch nicht. Wir hatten schon AT-BR gemacht. Jetzt, da kommt ein Aufschrei. Jetzt müsste gespottet werden und zwar jetzt. Ah, gut. Gar nicht drüber, den Spot. Ja. Hab ich schon. Dann war ja, tu ich mal, ähm, im Schatten verstecken und einfach weiter. Dann geht das nicht. Wo wirst du denn? Wo liegst du denn? ATI, wo liegst du? Es ist rausgepastet worden. Gut, er hat's, er hat's, er hat's geschafft. Der Deeperfisch ist weg. Okay, jetzt wird er spotten, spotten. Oh, hier ist die Suppe. Oh, gut. Ich hab kein FCD. Suppe war bei euch, ja. Okay, das war's. Das war's. Okay. Okay. Vielen Dank.